Wer nicht wirbt, der stirbt. Das sagte schon Henry Ford und es stimmt. Wenn Sie bei uns Werbung schalten, landet diese in den Köpfen unserer Leser und nicht in Papierkorb. Wir geben unseren Werbekunden die Möglichkeit, ihre Werbebanner selbst zu bestimmen, das Werbebudget im Auge zu behalten und ihre Kampagne gleich selbst anzustoßen. Keine zeitraubenden Gespräche, Termine, Telefonate. Hier ist alles erklärt und Sie können gleich loslegen. Sollten Sie keine Möglichkeit haben, Ihre Werbebanner selbst zu erstellen, machen wir das gerne für Sie. Natürlich kostenlos. Ebenso inserieren unsere Werbepartner in unserem Anzeigemarkt kostenlos. Jedes City News Portal hat eine eigene Facebook-Seite mit insgesamt vielen tausend Fans. Natürlich posten wir auch Veranstaltungen und Angebote unserer Werbekunden auf unseren Facebook-Seiten. Wenn Sie eine Kampagne für mindestens drei Monate buchen, erhalten Sie von uns kostenlos einen umfangreichen redaktionellen Bericht über Ihr Unternehmen. Mit Bildern, Text und allem drum und dran. Wir rücken Ihr Unternehmen ins richtige Licht. Als Werbepartner können Sie Ihr Angebot jederzeit ändern. Je nach Angebot oder Aktion senden Sie uns einfach Ihren neuen Werbebanner und wir tauschen diesen aus. Jederzeit und so oft Sie wollen.